5, 4, 3, 2, 1, go! Wir müssen halt einfach ein wenig mitlachen. Das ist eigentlich nicht richtig, oder? Ja, ja. Dass du schon nicht machst, muss ja einer schauen, oder? Ja, das ist wirklich streng. Du kommst schon überhaupt nicht draus. Irgendwo klöpft es an. Ich habe das Gefühl, da geht Gott nicht über die Kuss weg. Hört das auch noch mal auf. Hey, halt! Was ist mit dir los? Brauchst du ein Snickers? Ja, gern. Ich habe keins, aber ich habe Schokolade. Danke vielmal. Herzlich willkommen bei Netz Nadu. Mein Name ist Andreas Meier und ich begrüße Sie zu... Hey, Alter, der heisst ich vom Aussen. Hey, Alter! Hey, Alter! Hey, Alter! Hey, Alter! Hey, Alter! Hey, Alter! Warte, schnell! Jetzt können wir so viele Leute abhören. Wow! Hey! 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 Die Fl겼 blind! Hallo meiner Neist...! Also... Da ist es. So weit zeigt nichts! Ja, du musst auch nichts noch an lernen, bei euch! Tschüss! Hallo! Hey! Lämmel! Ja, das wacht schon wieder an. Überleistest du noch etwas? Überleistest du noch etwas? Das finde ich hingegen wieder nicht vernünftig. Mich filmen, wenn man keine Szene hat. Weisst du, wenn du mal hier alt bist. Ja, genau. Was mich beschäftigt. Ich weiss nicht. Es wird aber nicht abgehockt im Holz. Ja, du kannst schon sagen, ich bin immer in einem Scheissdreck. Ich habe mich wieder eingeklemmt. Es ist nicht gut. Du musst nicht lachen. Dann können wir ein wenig miteinander schmeißen. Ist eben gut. Ich bin schon etwas ruetig. Nimmst du das Rötchen mit mir? Leider habe ich keine Zeit. Ich kann hören, dass der ... Der ist im Seich. Der Supermänn ist im Seich. Der Ilwi ist im Seich. Der Ilwi ist im Seich. Der Rolf hat gesagt, ich muss sagen, durch diese Hohligasse muss er kommen. Hallo? Genau. Durch diese Hohligasse muss er kommen. Hallo? Genau. Ja, oder ich? Durch diese Hohligasse muss er kommen. Das machen wir hier. Das machen wir hier. Das ist ja erkommen. Ich habe nicht die Höhligasse. Was war das? Ich habe einen Seichnwagen zu machen. Nein. Das gibt es ja nicht. Alles war's. Und dann sage ich du. Nein, du sagst nicht. Das hat die Taue Ernährung das Scheiss. Das ist gerade einfach um die Hohligasse. Was ist mir zwischen die Källing gekommen? Ja, so redet mal der Isakay Trainer. Ralf Krueger. Ich kenne diese. Hey, Bravey. Ich lebe gleich durch. So etwas Doofes. So etwas Doofes. Das hatte ich aber auch schon lange nicht. Jan! Amois! Amois, Jan ist da hinten oben. Ah, was soll ich? Er kann anrufen? Ist das richtig? Nein, es soll ich pfeifen. Ah, es soll ich pfeifen, oder was? Ja, es soll ich pfeifen. Ja, es soll ich pfeifen. Ein Brennsprit. Schnurz. Ich weiss nicht drüber, sonst ist etwas Salz. Ich habe nicht gedacht, wir müssen saufen. Ich habe einfach direkt in die Seite gehabt. Komm mal zu mir, Montag. Umfassen. 2,8000 Euro. Ah, ich schiebe. Ah, ich schiebe. Was ist mal? So behindert! Ah, ich schiebe. Ah, ich schiebe. Ah, das ist doch so blöd! Nein, was er gesagt hat, er fährt schon das erste, was losgeht. Siehst du, ich hatte recht. Diese holle Gasse ist eine holle Gasse. Ja, hier in der Schweiz hat es die tschechische Gassen. Was soll ich da sagen? Ich komme! Weisst du schon oben? Komm, ich laufe dich da unten. Hey, du musst die Schnur halten, wir sind auf dem Set. Warte mal. Bist du schon am Filmen? Du, porno schon. Du denkst nicht so gut. Bläh, 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 bläh. Willst du nicht die Leiter aufbinden? Ja. Kannst du so werden gehen? Ja, Mann, ich mache das gut. Hängt rein. Was muss ich? Dr. Ankle, wie war dein Einsatz im Studio? Scheiße, jetzt gibt es nur Öffel! Ich will jetzt Schnaps! Sofort! Du drinkst Alkohol? Törli! Der Metzger sagt mir, was wir rausnehmen. Ja, hätten Sie gerne ein Stückchen von Filet. Allerdings ein bisschen Andercot. Oder irgendeinen Schweinshaxen. Mein Name ist Erwin Kessler. Ich bin total dagegen. Mein Name ist Erwin Kessler. Ein-Unterstützen. Bei den Gegenden, das ist Elvis. Das ist schon gut. Nein, ich mach wieder nicht mit! Der Sau kommt bewegt zum Mund nicht. Kannst du mich einmachen? Ja.